hallo und herzlich willkommen zu diesem weihnachts special security news kompakt heute mit einer ganz ganz besonderen folge nämlich ein look behind the scenes viel spaß aber das muss ich an dieser stelle auch tatsächlich mal sagen das wichtigste werkzeug für mich ist tatsächlich dieses wunderbare schwarze notizbuch das ist jetzt nur für meine podcasts gedacht oder für unsere podcast an dieser stelle gedacht vom ersten an weil wir dürfen uns ja an dieser stelle auch nicht dieser ideellusion hingeben wir setzen uns hin und wir quatschen es gibt natürlich dieses podcast format dass man sagt okay wir setzen uns einfach hin und wir quatschen meinen tag das haben wir auch tatsächlich eingebaut stärker eingebaut jetzt inzwischen dass wir uns mit der begrüßung so ein bisschen darüber und unterhalten was was denn so passiert um einfach auch abzuholen den hörer abzuholen weil das haben wir von vornherein gesagt wir wollen euch mitnehmen in ein gespräch wo wir uns interessante spannende aspekte einfach vorstellen und wenn wir das nur rein sachlich machen dann glaube ich dann funktioniert das an dieser stelle eben nicht und vieles was spontan möglicherweise klingt ist vorbereitet auch wir versuchen natürlich da unsere gut wie möglich unsere schauspielerkenntnisse dort auch mit zum einsatz zu bringen aber vieles ist einfach auch was ich ganz gerne mache ich schreibe mir manchmal gerne texte vor und dadurch dass ich sie einmal vorgeschrieben habe habe ich sie verinnerlicht und dadurch dass ich sie verinnerlicht habe trage ich es frei vor und dann gucke ich nur mal drauf was sind denn so diese aspekte die mir an dieser stelle tatsächlich noch mal fehlen die ich noch nicht erwähnt habe die mir aber wichtig waren und manchmal hat man eben so themen wir hatten in der podcast folge 27 das idee oben hatten wir die studie der ruhr universität bochum vorgestellt und da ist es halt einfach mal manchmal wirklich wichtig sich diese ganzen aspekte rauszuschreiben die statistischen werte die daten die zahlen die fakten um einfach da auch ein bisschen professioneller zu wirken was wir aber gleichzeitig was ich gleichzeitig auch mache ist zum beispiel wenn wir durch zufallen und das ist wieder für die nachbereitung wenn wir durch zufall irgendwie in dieser folge sprechen über aspekte oder themen die wir in der letzten folge oder einer der anderen folgen schon mal gesprochen haben dann schreibe ich mir das natürlich auch gleich auf weil das sind dann die verlinkungen die ihr beispielsweise beim youtube video findet dann kommt dort oben dieser teaser rein eingeblendet mit empfohlen schau mal folge 22 und das sind genau diese themen die dann dort auftauchen dieses notizbuch wenn ich unterwegs bin ist auch tatsächlich immer dabei das habe ich immer in der tasche weil ich kein fan bin von elektronischen notizbüchern muss ich an dieser stelle sagen auch wenn ich viel über digitalisierung spreche aber digitalisierung ist an dieser stelle manche traditionen muss man einfach beibehalten und da ist für mich einfach ein notizbuch noch mit die spannende sache ich habe das dabei wenn da mir nicht mehr so themen einfallen oder ich sage okay natürlich haben wir eine begrenzung vor allem jetzt bei twitter das war bei facebook deutlich einfacher gewesen aber bei twitter haben wir einfach eine begrenzung aber wenn ich sage okay das ist ein thema worüber ich gerne mal sprechen möchte dann schreibe ich mir das auf in die news die ich rein habe und so vergesse ich es einfach nicht und es ist immer noch schöner wenn man ein buch guckt und nachschauen kann finde ich vor allem wenn man noch mal so ein bisschen die vergangenheit dort blättern kann als alles elektronisch aber ich glaube dass es für jeden dann irgendwie ja das gustu dass jeder einzelne hat kommen wir nun mal zu meinem technisch absoluten lieblingsstück an dieser stelle das elgato stream deck hier noch mal zur erwähnung ich mache keine werbung dafür ja das sind affiliate links die in den kommen in der in der video beschreibung drin sind von nischt kommt nischt aber ich bin tatsächlich selber es ist jetzt keine produktplatzierung oder sowas ich habe einfach zusammen gesucht mein meine technik mit der ich gerne arbeite und das ist beispielsweise genauso eins ich habe was gesucht guck mal ihr müsst mir vorstellen wenn ich über wer sich so ein bisschen beschäftigt was wir dieses jahr mit den security news gemacht haben mit den security news kompakt gemacht haben dann wird derjenige festgestellt haben dass das tatsächlich mal anfing dadurch dass ich ein tablet reingehalten habe in die kamera war jetzt nicht so extrem gut dann habe ich das auf mein ja tv gelegt war auch jetzt nicht so semi gut da habe ich mit screen green screen angefangen so dass ich das permanent im hintergrund hatte und nein dass ich dann überschneiden dass praktisch diese news die ich an dieser stelle präsentieren wollte im hintergrund hatte war gut gar keine frage war aber ein riesen aufwand und dann bin ich auf die suche gegangen habe gesagt warum muss ich denn eigentlich permanent in diese nachbearbeitung gehen das kostet alles zeit und ich sage euch ganz ehrlich das rauszufiltern den reinzusetzen das video zu schneiden da bin ich auch bei den security news inzwischen dann bei einer nachbearbeitungszeit mit speichern und allem drum und dran sicherlich bei zwei stunden pro wochenende gewesen und ich bin faul was das angeht ich möchte gerne mich auf den inhalt konzentrieren ich möchte zeit dafür aufwenden dass wir darüber sprechen was denn da drin eigentlich steht und was in dieser welt eigentlich passiert aber ich möchte wenig zeit aufwenden um tatsächlich ja also um tatsächlich in die nachbearbeitung zu gehen weil das macht dann irgendwann auch nicht mehr spaß und dann bin ich tatsächlich auf das elgato stream deck gestoßen dieses stream deck ist eigentlich wie es eigentlich vom namen her auch schon sagt für streamer gedacht dadurch dass ich mir praktisch hier meine ganzen button belegen kann mit themen und wie nutze ich das jetzt ich nutze es dahingehend dass ich praktisch zusammenarbeite mit obs studio software und habe mir das seht ihr hier unten in dem bereich bei den szenen habe mir hier tatsächlich ja hintergründe gelegt und bearbeitet die ich dann hier sehe in der maske und was mache ich denn jetzt ich muss jetzt eigentlich nur noch auch in der vorbereitung muss ich nur noch an einer einzigen stelle anfangen zu arbeiten und das ist nämlich genau an dieser stelle hier wo ich praktisch nur noch hinterlegen die einzelnen news hier an der seite und dann klicke ich durch und ich sag auch ich war so faul gewesen dass ich keinen bock hatte mich hier durch zu klicken mit einer klassischen maus das heißt was passiert denn jetzt wenn ich jetzt hier tatsächlich darauf drücke das ist der recording button also das heißt ich nehme tatsächlich in obs studio inzwischen auf und wenn ich jetzt hier mich durchklicke durch die einzelnen beiträge die ich hier hinterlegt habe auf den knöpfen dann startet hier praktisch auf der rechten seite das ist das was man sieht das durchlaufen der meldung und das heißt ich kann muss nur noch hier auf diesen knopf drücken nicht mehr irgendwo hier oben seht ihr es übergänge schnitt etc an dieser stelle sondern ich drücke nur noch auf einen einzigen knopf es wechselt zwischen den einzelnen nachrichten durch die über die ich gerne sprechen möchte ich habe den ton der ton wieder kommend aus dem roadcaster pro ich schneide das nicht mehr ich bin dann durch drücke dann wieder hier unten recording button jetzt würde das aufnehmen lass es sein nehme es auf habe die datei aufgenommen sie ist abgespeichert sie ist perfekt formatiert ich muss sie dann nur noch konvertieren online mache ich das meiste zeit dahingehend dass ich das dann nur noch konvertieren muss in eine audiodatei das ist in zwei minuten erledigt und dann war es das und dieses stream deck hat noch ganz andere unterschiedliche spannende funktionen an dieser stelle ich kann ein tweet absetzen dass wir gerade live im podcast sind live stream hier eine kurze vorankündigung ich werde das zukünftig diese security news werde ich zukünftig live stream einmal am wochenende ups ne jetzt habe ich nicht drauf gedrückt einmal am wochenende werde ich die daten vorneweg bekannt geben und dann ist es für mich auch wieder nur aufwand und effizienz ich drücke hier an den live stream damit geht verbindet sich das automatisch mit meinem youtube konto ich bin hier in der startansicht quatsche meine news durch gehe dann wieder auf live runter fertig ist die sauber und dann ist es das dann ist es das und dann habe ich keinen aufwand mehr mit irgendwie auch noch bei youtube irgendwas hochladen oder speichern sondern dann ist es vorhanden ich lade es mir runter konvertiere das als audiodatei lade es dann im podcast distribution hoch und dann bin ich bei einer bearbeitungszeit und einer vorbereitungszeit die dann wirklich nur noch vielleicht bei einer stunde anderthalb liegt zumindestens für die security news und das ist das worauf ich hinaus will ich will so wenig wie möglich aufwand haben und ich möchte es so effizient wie möglich gestalten und das schaffe ich nur mit technik einsatz und diesen technik einsatz der ist für mich einfach wichtig weil dann lieber mal wie gesagt ein paar euro mehr ausgeben um dann am ende des tages das so einfach wie möglich zu haben das zu machen und das soll jetzt nicht klingen und nicht heißen dass ich jetzt hier anfange das nur noch runter zu machen um dann irgendwie da was zu produzieren nein ich möchte für mich das bestmöglichste aus einer work life balance haben und diese work life balance ist an dieser stelle wirklich für mich genau diese aspekte diese thematik dass ich mich ja einfach den aufwand so gering wie möglich hätte um den output zu haben um eben die zeit dann dafür nutzen zu können für andere themen für die weiterentwicklung beziehungsweise für die nächsten news wieder vorzubereiten der ton ist wichtig das haben wir ja glaube ich auch schon mal an dieser stelle einfach gesagt aber ich muss ja auch den ton überprüfen wir haben tatsächlich es ist mir einmal passiert bei dem sommergespräch mit dem christoph jahnke dass ich mich selber im ton nicht gehört habe und auch ihn nicht gehört habe und wir keine tonprobe gemacht haben und ich war extrem leise und er war extrem laut was dann heißt dass ich wirklich dieses ganze gespräch von knapp anderthalb stunden glaube ich waren es stückeln musste und meine akustik hochdrehen und ihn runterdrehen musste den arbeitsaufwand wirklich der ist immens und den willst du nicht mal deiner schwiegermutter zusorgen deshalb studiokopfhörer besorgt ich weiß es jetzt nicht ob es die besten sind wie gesagt ich brauche man braucht nicht unbedingt das beste vom besten ich benutze jetzt die sony mdr 7506 ich finde die recht praktisch weil sie a recht kompakt sind ihr seht das hier auf der rechten seite ich kann die zusammenklappen aber sie umschließen gleichzeitig auch die ohrmuschel sodass ich praktische außengeräusche ausblenden kann und somit kann ich einfach wirklich mich selber hören übrigens das ist etwas woran man sich echt gewöhnen muss wenn man mit dem mikrofon spricht und man ist ja immer bemüht das was man hört auch versuchen zu verarbeiten und man muss wirklich lernen wenn man sich selber auf dem kopfhörer hört darauf zu achten klinge ich jetzt extrem laut oder klinge ich jetzt extrem leise bin ich zu nah oder zu weit wie ist die akustik gerade und nicht darauf zu hören oder nicht diesen gedankenprozess einzuleiten was erzähle ich denn gerade selber sondern weil das führt einfach dazu dass man plötzlich extrem verwirrt ist vielleicht kennt ihr das das erste mal auf der bühne stehen oder ein mikro zu nutzen überhaupt was dann gleichzeitig über lautsprecher irgendwo nach nach draußen geht ins publikum geht da ist man glaube ich auch das ein oder andere mal zu anfang auch tatsächlich überrascht sich da selber zu hören und man nimmt sich ja selber über die knochen anders doch wahr als dann seine eigene stimme tatsächlich ist aber das ist wichtig und gleichzeitig natürlich nicht nur um die tonqualität zu überprüfen und dann über den roadcaster diese kopfhörer sind direkt am roadcaster angehört also ich kriege auch tatsächlich das input signal hier auch wirklich direkt auf die kopfhörer drauf sondern dann höre ich eben auch raffael ich höre das intro kann dann steuern eingreifen wenn jemand übersteuert ist beziehungsweise zu laut zu leise oder ähnliches und muss dann nachher nicht mehr in die nachbearbeitung gehen und wieder Zeit aufwenden ja ich finde die sind eigentlich ganz angenehm haben einen sehr sehr schönen Klang an dieser Stelle sind jetzt auch nicht exorbitant teuer aber man muss sich halt auch bewusst sein man muss sich etwas suchen und ich habe auch fast zwei Monate gesucht weil nicht nur für eine Podcast Aufnahme wo man dann vielleicht mal zwei zweieinhalb Stunden die Kopfhörer tragen muss auch für wenn ihr dann nachher mal sagt es geht ja auch immer mehr ins Internet Digitalisierung, Medien etc. das wird auch irgendwann Online Schulungen oder sowas wo ihr dann mal sechs, acht Stunden die Geräte hier auf dem Kopf haben müsst und dann sollen die auch extrem bequem sein und ich habe viele ausprobiert und ja das waren letztendlich diejenigen für die ich mich entschieden habe die für mich zu nutzen ja abschließend oder fast abschließend vielleicht Thematik Licht ist natürlich auch wichtig ich verfüge über drei Lichtquellen eine direkt an der Decke praktisch ist mehr ein Gimmick ist ein bisschen Show weil so wirklich eine sehr sehr helle Leuchte kann man da nicht eindrehen das ist letztendlich von der Wattzahl ja limitiert aber es ist schon ganz nett wenn ich hier praktisch von oben nochmal ein Licht da drauf habe und das für mein Studio auch entsprechend wirkt ich habe eine zweite Softbox die direkt mich von frontal beleuchtet und wenn jetzt nicht Weihnachtszeit wäre auch tatsächlich eine Softbox die mich seitlich an dieser Stelle beleuchten würde auf die verzichte ich momentan aber gute Ausleuchtung und Licht ist auch einfach immens wichtig damit man keine Schatten wirft dass das Chroma Key also das rausfärben des grünen Lichtes auch einwandfrei funktioniert das alles ist einfach wichtig für glaube ich auch einen guten Stream aber genauso auch für eine gute Videoproduktion und dass es auch klar ist und hell ist weil wenn ich schon gucken will dann will ich auch letztendlich die Schatten nicht sehen ich möchte die Person sehen die da für mich spricht wenn sie schon ihr Gesicht in die Kamera rein hält und gegebenenfalls wenn was gezeigt werden soll dann möchte ich das ja auch in einer Art und Weise sehen die das auch letztendlich wertschätzt an dieser Stelle das was ich eigentlich mache so das soll es an dieser Stelle auch tatsächlich mal gewesen sein mit einem kleinen Einblick hinter die Kulissen kann man sicherlich alles anders machen und nochmal ein bisschen detaillierter an der einen oder anderen Stelle aber so produzieren wir halt momentan an dieser Stelle sei vielleicht nochmal erwähnt zum schneiden nutzen wir die Software Shotcut ist auch alles Open Source Software die frei verfügbar ist für jeden downloadbar ist also auch hier Kosteneffizienz ganz eindeutig auch im Vordergrund mit einer aber unglaublichen Vielfalt und Möglichkeit die dieses System mitbringt OBS Studio für diejenigen die schon mal Streams gemacht haben oder sich damit auskennen muss man sich ein bisschen einfuchsen an der einen oder anderen Stelle aber ich finde diese Kombination von dem Elgato Stream Deck und OBS Studio einfach genial ich habe das relativ professionell kann ich das durchklicken ich könnte auch noch dritte und vierte Kamera anschließen alles erweiterbar aber wie gesagt Zeiteffizienz ist an dieser Stelle für uns das Stichwort für mich das Stichwort ich will mich mit Inhalten beschäftigen und nicht mit dem Drumherum und von daher ja ist das so ein bisschen das womit wir eigentlich arbeiten wenn das euch gefallen hat dieses Video dann liked uns doch mal gebt uns einen Daumen hoch schaut auch mal in der Videobeschreibung nach wenn ihr das ein oder andere tatsächlich sucht und von daher wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt erstmal eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit lasst ein bisschen Frieden in eure Herzen einkehren ein bisschen Ruhe und vor allem bleibt gesund achtet auf die Abstände dass wir möglichst schnell aus dem Corona Lockdown wieder rauskommen können und zum bisschen Alltag zurückkehren in diesem Sinne schöne Weihnachten guten Rutsch und bis bald ein Jahr bis bald